Herzlich willkommen zu jetzt Playball als 3-Sequel. Ach, das schneide ich jetzt einfach vor. Ihr wisst, das ist... Oh, echt, jetzt ist Gott. Ich nehme jetzt hier Garten die ganze Zeit auf. Ja, echt? Du auch? Ich auch. Ich schneide das da rein, wo ich das gemacht habe. Das mache ich auch bei mir so jetzt. Ja, komm. Ich dachte, das wäre dann echt deine Ansage gewesen, Alter. So, meine Ansage gerade. Echt jetzt? Ja, ich bin derweil, ja. Ich musste nur in mein Flow kommen. Da war mein Flow. Oh, ich wusste, dass ich da nicht stehen bleiben soll, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe Schaden bekommen. Oh Gott, ich bekomme immer noch Schaden. Woren wir eigentlich? Wir sind überlaufen. Wir sind voll in die falsche Richtung. Ich habe keine Ahnung, wo wir... Ich bin Boycott hinterher gelaufen. Das ist eine schlechte Idee. Nein. Ah, wir können ja die Kisten hier wieder durchsuchen, oder? Ist ja nicht irgendwo eine Waffenkiste gewesen? Ne, da unten war. Habt ihr die schon gelootet? Habt ihr die schon gelootet? Ah, ne, wir müssen es da unten haben. Ja, Flocke, man kann das aufmachen, ne? Du Idiot. Aber ihr seid falsch, Alter, wir müssen hier dann. Aber hier ist eine Waffenkiste. Da war kein, Alter. Gab es hier nicht Waffen? Da war ein Schild. Ja. Eher, da war ein Schild. Hier ist eine Waffenkiste. Ich habe jetzt voll das geile Schild, Alter. Wenn ich getroffen werde, dann sammle ich die Patronen quasi auf. Und wenn, dann behalte ich die Patronen von denen quasi. Also muss ich nicht mal Munition suchen, weißt du? Oh, so. Trollix. Zu spät. Ich habe schon die Waffen ergeiert. Was waren da für Waffen drinne? Schrottwaffen? Bullshit Waffen. Ich werde jetzt gerade angerufen. Oh, nix. Wir fallen schon mal ohne dich, ne? Was war für... Ne, das ist keine Waffenkiste. Ach ja, hier haben wir gestoppt. Da war Trollix da oben bei diesem Kack-Ding da oben. Wollte nicht runterkommen. Ach, genau. Der hang da oben fest, der Lappo. Seid mal nicht. Können wir nicht mal ein bisschen mehr durchwaschen, Alter. Ich meine, wir brauchen immer so ellenlang, bis wir mal irgendwo durchkommen, Alter. Können wir jetzt weiter? Ach, da. Der Fahrstuhl. Mit dem ich letzte Folge rumgespielt habe die ganze Zeit. Ja, ich auch. Komm, Leute. Wir laufen hier durch. Oh Gott, ich kann mich nicht durch. Ich bin schon wieder Brottel dazu stehen. Ah, Kisten brauche ich gerade nicht. Aber Geld brauche ich. Brauche ich auch nicht. Hier ist Müll. Da hast du Waffenkiste. Wo? Oh, Testabteilung. Ich will nur die Waffenkiste, Leute. Hau da. Hau da. Hau da. Das ist ne ähm. Raketenwerfer. Noll, Raketenwerfer mit Knife? Psch. Meins. Psch. Das wird nicht nötig sein. Danke. Ich habe eine schnellere Methode. Das glaub ich nicht. Koch sie nur ein wenig weich. Und dann lass die Geschütze ihr Werk verrichten. Achso, wir müssen hier einfach nur ein bisschen weich kochen. Lass die Geschütze den Rest. Einmal nur anhicken und dann mach die Geschütze den Rest. Alter. Okay. Okay. Kleiner Irrer Bett ist ein Typ. Aber, ne? Okay. Okay. Nicht. Oh, Gott. Wer schubst mich da rein? Kein Hure, Alter. Irgendwas beballert uns von hinten, Alter. Ja. Ach, hat der Maul ich für die Kids. Ey, kann voll gerne XP-Farm sogar noch gefallen. Boah, ich bin tot, also. Ich fäll. Ne. Du, warum? XP. Ja, die sollen die Geschütze immer ballern, Alter. Guck mal, wie die hier durchdringen. Wie schön, wenn ihr das Bett ist. Ja, voll. Sehr gut. Ich bring dich hier in den Hauptbereich. Komm du auch dorthin. Oh Gott. Oh, meine Fresse. Du hast freundlich wehgetan, ich stirb. Das ist mein XP. Zurück in den Kampf. Komm, komm, komm. Ja, 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 ja. Nein. Lass mich weg. Ey, wer hat mich angehittet? Der lebt ja immer noch. Alter, ich bin bei Skype immer noch angeschrieben. Echt jetzt? Boah, da hab ich jetzt selber reingeschissen. Ja, hab ich Pech gehabt, ne? Oh, ja. Aber deswegen ist ein Spammer wie Nico. Wow, 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 schalterdrucken, schalterdrucken. Alle hier, sind alle hier? Ne, ich bin nicht da, warte, ich komm gerade. Ich hab gedacht, wir müssen wieder in die andere Richtung. Ich bin doch schon alle. Du. Oh, ich bin, oh, ich bin trommelig, ich bin gar. Ich wollte draufdrücken, ich kann gut Computer spielen. Ist das Tetris? Ich fühl mich wie am Söldertag. Das wird also mein neues Zuhause, was? Ich weiß nicht, ob ich da einziehen will. Richtig, die Beine sind in dem anderen Labor. Sie sind noch an eine Testversion, das DAL-Power-Suits montiert. Du musst sie also wegbauen und ins Kransystem bringen. Hm. Meinst du, man kann Trollix damit auch fusionieren? Mit was? Nicht? Hm. Haben wir so ein... Wenn ich den Power-Suit übernehme und die Beine dorthin steuere, wo sie montiert werden können, wäre das nicht einfacher. Ne, keine schlechte Idee. Daran hab ich gar nicht gedacht. Wird ein guter Einstand für dich. Was? Haben wir ja so ein Mega-Trucks, der zu viele Beine trainiert hat. Komm, Fahrrad Wenger und leg den Eifer weg, also. Oh ja, Mann, da kommt so ein... Oh Gott, da schießt irgendwas auf mich. Alter, was das denn für ein Raider, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, jetzt schon ein Ständer. Keine Hure. Du, kein Abtefaktor. Komm, glaub, steht. Aber, wir schenken uns von mir, ne? Hier, komm. Aber, haftest du dein, Alter. Kraft zum Befehl, der Gäste Robber. Die alles... Alter, boah, Alter. Ich bin so ein Genius, Mann. Säure Power-Tru. Oh, oh, Kalate. Oh, xp-pokul, Alter. Ich wollte nicht sagen. Nein, nicht sterben! Boah, das war krass. Oh, fuck. Uh, XP. Ah, fuck you, Alter. Fick dich, ich will töten! Zeit für die meine Fähigkeit, Alter. Boah, ne. Was hast du jetzt bekommen? Was ist das denn? Was? Hast du gerade auch gesehen, wie der Zoll... Loll? Was ist das? Mein kleiner Miniboot. Stehst du den? Wo müssen wir? Nee. Alter! Alter, verstecken. Warte, Raketenwerfer-Power. Waaat! Ich überwarte den gerade mit dem Raketenwerfer. Boah. Das war der nächste Schuss. Die Leute, können wir mal kurz stehen bleiben? Ich glaube, ich muss mal kurz meine Waffen umrüsten hier, ne? Alles klar. Ich habe hier so ein paar Schwierigkeiten. Warte mal. Ja, genau. Schwierigkeiten? Deine Waffen umzurüsten ist schwer? Schwer? Nein, ich habe Schwierigkeiten. Ich muss schauen, welche Waffen ich ausrüste. Warte. Okay, die sind von... von... Okay, MP ja scheiße. EMP! Jetzt Gewehr... Okay, das Gewehr macht... Monsterschaden. Ja, okay. Ja, ich muss nicht schon wissen. Ich habe nur mal geschaut, ob ich hier irgendwas habe zum Waffen muss. Waffenkiste! Waffenkiste! Öffnet! Ich glaube, da kommen Schilder raus, glaube ich, oder? Ja, Schilder habe ich mir schon gedacht. Ja, das sind, ähm... Ostkits. Ostkits. Können das hier nehmen, falls das okay ist? Ich bin ruhig. Kirche, Ostkits. Das ist ja eine Waffenkiste. Unternimmt das. Also, guck gleich einen Gegner, wenn ihr so viele Waffen, wenn ihr so ausgelöstet werden, Alter. Pistelkiste. Pistel! Ey, warte, 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 warte. Ich bin doch Pistel, Alter. Achso. Aber ich glaube, die waren alle schlechter als... Nee, hier waren zwei gute, die habe ich einfach rausgenommen. Oh, was? Oh, ich kann... Ich kann die auch fallen lassen. Alter! Warte, Flocke. Ich lass sie jetzt fallen, okay, die Pistel? Äh, ja, lass mal fallen, wenn ich hier den kleinen Bell ist, hütte... 2 ich hab zwei fallen lassen Spaß die ist kacke und die kannst du bei dir wieder aufheben ja man, ich kann verkaufen oh, da kommt irgendwas Fettes runter aber weißt du das? steck mich ein steck mich ein oh, Mist wollte er drauf springen oh, ne, ich hab das fühlt sich komisch an amal, meine ist das so ein Mensch zu sein? grauenhaft Alter, wie geht die denn? ja ja, man, junger Alter Pick was ist in der Haus oder was? warte doch mal kurz damit ich mich drauf mach doch mal ab, du kacke, das komm nicht auf, du kommst doch, warte sorry sorry oh, jetzt kann ich nicht drauf stehen bleiben oh, Leute, Alter, der bank mich ja richtig damit verdienst du dein Geld? ja ja macht das Spaß, aber nicht? ich bin vom Geschäft Kammerjäger ich bin Ben-Tem Ben-Tem? ja, der ist auch Kammerjäger und müssen wir ach Ben-Tem, meinst du? ja wie machst du denn? ich hab Ben-Tem irgendwas anderes verstanden Aua bist du dem einfach nur oh, schießt der, alter boah, alter, ich hab nur noch neun abgibt Hoco Rotstein oh mein Gott wie schlimm Lass' mal zur Seite Loll Das war doch Okay Flock wieder blieben Flock, bleib stehen Ich rette dich Nein Oh, oh, oh Nein Ja, gib mir die XP, alter Danke Alter, warum backt der Wichs-Roboter rum? Jetzt schreib mich schon wieder jemand an Das ist zu groß Kann sein, dass sie grad stirbt Also sie hat schon bisschen... Alter, wo rennt der rum, der Kack-Roboter? Ich hab... keine Ahnung Glaubt ihr, wenn wir vorlaufen, dass der Herr kommt? Ja, wenn aber hier mal mehr Gegner kommen, alter, dann kann ich ja nicht Ich glaube, wir müssen die erstmal hier besiegen, ne? Wird mal ein bisschen umgesnabt, oder? Kriegt man's eigentlich mit, dass ich ihm bei Schokolade is? Nein Gut Ton Glück Nein Eigentlich wenn wir mal 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 die E-Mologischen stellen Nö Ja, okay, was wir tun, kann man auch reden, nö Aber... Jetzt ist hier... Das kann nicht sein Wir reden zuerst mit den Fäusten Ja, wir reden mit den Fäusten es war so xp reichen von mir No wir mussten jetzt die Kündigung ja und steile weiterverpasst sich um die Karte das ist es so gut für mich als wir können auch nicht zusammen sein als ich die Welt aus der Welt ist einfach ein Auseinanderfickte oh ihr waren gewährlich wohlgottet am Schuss ich bin gleich für der Scheiße der Roboter der Welt ja einfach alles unter Mondsteine nicht vergessen Floki ist eine geile Sniper komm mal her und die Mäscher 2 Schmeiß mal das Gewehr runter okay bestimmt warte nicht Leute nicht zur Maschine schmeiß mal das Gewehr runter dann stopp ich mal kurz ach willst du Skype ausmachen? ja ich will mich mal Skype anmelden ich stopp dann ab jetzt Vielen Dank.